Well, that's convenient. Freut euch also auf eine sehr, sehr lange Folge, wenn ich es schaffe, das in einem Durch aufzunehmen, beziehungsweise in einem Durch zu einer Folge zu verwursten. Aber immerhin, es geht an einen interessanten Ort. Wir bewegen uns nämlich in die Tiefen der chemisch verseuchten Welt von Zorn. Wenn euch sowas gefällt, könnt ihr ja schon bei den YouTube üblichen Kram machen, ihr wisst schon liken und so weiter und ansonsten viel Spaß mit der Geschichte. Kind aus Zorn von Ian St. Martin Worin liegt der Unterschied zwischen Recht und Ordnung? Kann es das eine ohne das andere geben? Und was haben diese Dinge mit Gerechtigkeit zu tun? Vielleicht hängt es davon ab, wen man fragt. Wenn du mich fragst, dann erreicht man Gerechtigkeit, indem man Schädel einschlägt. Jedenfalls hätte das mein jüngeres Ich gesagt. Schätze, ich fühle mich heute wieder jung. Es ist noch dunkel, als ich endlich die Justizhalle erreiche. So früh am Morgen habe ich nicht oft Gäste im Schlepptau, aber heute ist einer dieser seltsamen Tage. Genauer gesagt handelt es sich um zwei von sieben Vandalen, die ich dabei erwischt habe, wie sie mutwillig Läden und Cafés in der Horologica-Allee verwüstet haben. Ein leichter Klaps von mir reichte aus, den einen schnarchen zu lassen, aber der andere ist hellwach und liebt es mit ausdrucksstarken Worten um sich zu werfen. Schalt mal einen Gang runter. Du störst mich. Ich festige meinen metallenen Griff um seinen Kragen und nicke zu seinem Komplizen, der schlaff über meiner Schulter hängt. Wenn ich du wäre, würde ich mir ein Beispiel an deinem Freund nehmen. Das ist doch grausam, zischt er. Wo sind wir? In Noxus? Noxus? Ich muss mein Lachen unterdrücken. Schön wär's. Wenn wir Noxus wären, würde ich euch in die Arenen der Vergeltung bringen, nicht in eine reue Zelle. Dieser Gedanke schockt ihn so sehr, dass ich ein paar Momente der Ruhe bekomme, bevor er wieder den Mund aufmacht. Er glaubt, ihr könntet uns ruhig stellen, aber das wird nicht klappen. Wir werden euer System der Unterdrückung aufdecken und es stürzen. Und alle Fenster eines Teestübchens einzuschlagen, bringt euch da wie genau weiter? Du bist doch nur eine der vielen gelangweilten und verzogenen Belger, die Dinge kaputt machen wollen. Ihr helft niemandem. Wir sprechen für die, deren Stimme nicht gehört wird, blafft er. Für die Armen und Unterdrückten. Ich sehe mir seine Klamotten an. Neu, sauber. Ihm hat es noch nie an etwas gefehlt. Nun, ich gehöre zu diesen armen, unterdrückten Sorniten und meine Stimme hört man bestens. Und obwohl du dazugehörst, bist du jetzt nur Teil des Systems. Er spuckt rötlichen Speichel auf die Straße. Man muss dir nur ein paar Zahnräder zustecken und schon wendest du dich gegen alles und jeden. Wie kannst du nachts ruhig schlafen? Wenn ich diese Handschuhe trage, juckt es mich manchmal in den Fingern. Manchmal ist das Verlangen, meine Fingerknöchel in einen Brustkorb zu graben, fast übermächtig. So sehr ich mich auch dagegen wehren will, seine Worte heizen mein Blut immer weiter auf und meine Hextech-Fäuste beginnen erwartungsvoll zu surren, denn es klingt als stünde eine Prügelei bevor. Aber ich unterdrücke meinen Drang. Wenn ich gerade keine Dummköpfe festnehme, weil sie Teeräume verwüstet haben, dann schlafe ich wie ein Baby. Endlich erreichen wir die Pforte. Hier, deine Gelegenheit, einer armen Sornitin in Not zu helfen. Ich klopfe mit dem Kopf des Schwätzers an die Tür. Ich gebe zu, dass meine Frustration beim letzten Klopfer ein wenig mit mir durchgeht und er entsprechend laut ausfällt. Von der anderen Seite macht sich jemand am Schloss zu schaffen. Wächter Keppel! Ich grinse das Gesicht hinter der sich langsam öffnenden Tür an. Heute ging es wohl fürchterlich früh los, m'weil, brummt er und reibt sich den Schlaf aus den Augen. Das Verbrechen schläft nicht, mein Freund. Ich schleife meine Häftlinge durch die Tür und erzähle Keppel die Kurzfassung von dem, was vorhin passiert ist. Ich habe zwei von ihnen festgenommen, beende ich die Geschichte. Beide Tatverdächtige sind... Ich sehe die beiden an, wie sie synchron schnarchen. Ruhig gestellt. Keppel hebt eine Augenbraue. Sieht ganz so aus. Sheriff Caitlin wartet oben schon auf dich. Dann nehme ich an, du wirst mit der Abfertigung dieser beiden Freizeitrevolutionäre fertig? Ich trage sie direkt ein. Keppel ächzt, als ich einen der Kerle in seine Arme fallen lasse und das Großmaul vor seine Füße. Ich lächle ihn an und gehe an ihm vorbei. Du bist für uns echt unverzichtbar. Das Büro von Caitlin ist ein heilloses Chaos. Der knarrende Holzschreibtisch geht in dem Wald von Poströhrenkapseln aus Messing und in unzähligen Formularen, Nachrichten und Erlassen, die sich darin befinden, völlig unter. Der Sheriff stöbert etwas verloren durch diesen Wald und wühlt sich durch Haftbefehle, Aufträge und die Forderungen ihrer Vorgesetzten sowie der Händlerclans. Es sieht nicht so aus, als hätte sie dieses Zimmer in den letzten Tagen verlassen. Ich ahne schon, wie gut ihre Laune wohl sein wird, als ich die Tür hinter mir schließe. Setz dich, sagt sie, ohne von ihrer Suche in dem Durcheinander aufzusehen. Also direkt zum Punkt. Was? Geht's dir etwa um diese Volltrottel? Ich räume einen Stuhl frei und setze mich hin. Meine Stiefel finden sofort auf der Ecke des Schreibtisches Platz, während ich meine mechanischen Finger demonstrativ beuge und strecke. In ein paar Tagen sind sie wieder putzmunter. Wenn du mich fragst, war ich sogar nachsichtig. Darum geht es nicht, antwortet sie, und irgendwie wirkt jedes Wort noch erschöpfter, als das davor. Wir wurden da auf etwas aufmerksam gemacht, etwas Kompliziertes, das wir nicht ignorieren können. Es geht um Zorn. Verstehe, denn es ist nicht nur der Schlafmangel, der Kate so runterzieht. Irgendwas hat sie in Alarmbereitschaft versetzt. Nein, eher in Besorgnis. Das sieht man nicht oft bei einer Frau, die aus drei Straßen Entfernung eine Kugel durch ein Silberzahnrad jagen kann. Geht es um sie? Frage ich. Ich kann die Schärfe in meiner Stimme nicht verbergen. Endlich beendet Kate ihre Jagd rund um ihren Schreibtisch. Ihre saphirblauen Augen finden meinen Blick. Nein. Es geht um etwas anderes. Etwas ganz Neues. Neu, wiederhole ich, aber Sinn ergibt es trotzdem nicht. Kate atmet langsam ein. In der Grube ist irgendetwas passiert. Ich lege meinen Kopf schief. Das ist verdammt weit außerhalb unseres Zuständigkeitsgebiets. Seit der Teilung, sagt Kate, existieren unsere Städte in einer Symbiose. Auch wenn es nicht so wirkt, kann eine nicht ohne die andere überleben. Deshalb muss ein Gleichgewicht gewahrt werden. Teilung, nennen sie es. Normalerweise ist eine Teilung sauber und glatt, aber diese hier war anders. Ein paar reiche Händler wollten voller Euphorie einen Kanal graben. Die Euphorie war so groß, dass sie ganz vergessen hatten, das Land auf Stabilität zu prüfen. Dadurch setzten sie die Hälfte von Sorn unter Wasser. Menschen für den Handel zu ertränken und die Art und Weise, wie genau dieser Handel seitdem aufgeteilt ist, ist alles andere als sauber oder glatt. Es wäre ziemlich leicht, dieses Gleichgewicht zu erschüttern, indem man unten in Sorn für etwas Aufruhr sorgt, sage ich. Aber hier geht es nicht um die Promenade. Es gibt keine Überschneidung mit der Grube, die uns eine Möglichkeit bieten würde, die ganze Sache anschließend unter den Teppich zu kehren. Kate seufzt. Das alles wurde schon diskutiert und abgewogen. Von wem? Frage ich. Kannst du mich mal aufklären? Ich kann dir so viel sagen, wie du wissen musst. Und das musst du gerade nicht wissen. Aber was hat das alles mit uns zu tun? Frage ich, während ich mit einer leeren Poströhrenkapsel herumspiele. Was die Unterstadt treibt, ist allein ihre Sache. Dieses Mal nicht. Caitlin nimmt die Kapsel aus meiner Hand und legt sie auf den Tisch, bevor sie sich zurücklehnt. Ich schaue sie finster an. Normalerweise ist sie redseliger. Was hat sich denn nun getan? Wir wissen es nicht, antwortet Kate. Um es herauszufinden, müssen wir jemanden dort runterschicken. Jemanden, der Zorn kennt. Da kommst du ins Spiel. Das ist alles ganz schön vage, Sheriff. Ich schüttelte den Kopf. Was ist mit den Baronen? Meinst du, sie werden einfach nur zusehen, wie Piltover Wächter in ihr Revier schickt und jeden Stein umdreht? Kate grinst mich erschöpft an. Hat die große, böse Weih etwa Angst vor ein paar kleinen Kämmbaronen? Ich verschränke die Arme vor der Brust. Ich weiß einfach nur gern, wer hinter meinem Kopf her ist. Mehr nicht. Die Barone werden dir keine Probleme machen. Ach, wirklich? Ich hebe eine Augenbraue. Und warum nicht? Weil sie uns um Hilfe gebeten haben. Ich setze mich gerade hin. Du hast recht. Das ist neu. Ich schüttelte den Kopf. Irgendetwas an dieser Sache stinkt zum Himmel und ich weiß nicht mal ansatzweise, worum es hier genau geht. Trotzdem gibt's jede Menge böses Blut zwischen den Baronen und den Wächtern. Mir fallen dutzende Möglichkeiten ein, wie das schiefgehen könnte. Da würde ich mir nicht allzu viele Sorgen machen, sagt sie. Du wirst nicht als Wächterin nach Zorn gehen. Diese Kinder, die du vorhin eingesammelt hast, kommen aus dem Medada-Clan und ihre Eltern wollen deinen Kopfrollen sehen. Sie hält einen Haufen Pergament-Schreiben hoch. Durch das Fenster fällt gerade genug Licht, dass ich die Schrift darauf erkennen kann. Genau durch dieses Fenster höre ich auch, wie sich eine Menschenmasse sammelt. Eine wütende Menschenmasse. Zum Glück für dich, sagt Kate mit einem Lächeln, konnte ich mit ihnen reden. Du darfst deinen Kopf behalten, solange du aus den Wächtern fliegst. Deswegen verlässt du die Stadt und kehrst nach Hause zurück, um über alles nachzudenken und dich mit deinen Wurzeln auseinanderzusetzen. Süße Geschichte. Ob sie es wollte oder nicht, die Worte nach Hause springen mir direkt ins Ohr. Nach all den Jahren hier bin ich wohl immer noch nur ein Gast und werde jetzt rausgeschmissen, weil ich meine Arbeit erledigt habe und das jemandem nicht gefallen hat, der glaubt, mit all seinen Zahnrädern über dem Gesetz zu stehen. Und gelegen kommt sie auch noch. Das heißt, dass du da unten auf dich allein gestellt bist. In ihrer Stimme liegt kein Hauch von Unbeschwertheit mehr. Keine Verstärkung. Und wir müssen deine Tarnung wahren. Bitte gib mir deine Marke und deine Handschuhe. Runter nach Zorn. Ich öffne die Verschlüsse meiner Handschuhe und nehme sie ab. Ich weiß nicht, wonach ich suche. Aber es ist schlimm genug, dass die Kämmbarone damit nicht fertig werden. Ich lasse die sperrigen Hextech-Fäuste mit einem dumpfen Knall auf Cates Schreibtisch fallen und zerquetsche damit einige Kapseln. Blätter fallen zu Boden. Und meine Handschuhe darf ich auch nicht mitnehmen. Es wird ja von Sekunde zu Sekunde besser. Es gibt niemanden sonst, dem ich diese Sache anvertrauen könnte, sagt Kate. Also willst du mir wirklich nicht sagen, wer hinter dem Ganzen steckt, frage ich und gebe mir Mühe, die Fassung zu wahren. Ich werde nicht jeden Tag darum gebeten, einen internationalen Zwischenfall zu riskieren. Ich habe dir alles gesagt, was ich dir sagen kann, Vai. Glaub mir. Du kannst mich gern begleiten, sage ich und grinse. Nimm dir doch eine kleine Auszeit und besichtige Valorans malerischstes Urlaubsziel. Kate antwortet nicht. Muss sie auch gar nicht. Ich weiß, dass sie nicht gehen kann, aber es macht mir immer wieder Spaß, ein bisschen zu sticheln. Abgesehen davon hält es mich davon ab, ein Loch in die Wand zu schlagen. Ja. Die Dämmerung geht allmählich in den Morgen über, als ich den ächzenden Heuler erreiche. Die Menschentraube vor der Justizhalle hat mich verhöhnt und ein paar Steine nach mir geworfen, aber jeder wusste, dass man mir nicht zu nahe kommen sollte. Sie haben sich dicht an die Halle gedrängt, wo ich sie zwar noch sehen konnte, sie aber nicht Gefahr liefen, ein paar Zähne zu verlieren. Es ist komisch, ohne meine Handschuhe durch die Stadt zu gehen. Meine Hände sind vom Vortag immer noch bandagiert. Ich habe alles, was mich irgendwie mit den Wächtern in Verbindung bringt, in der Halle gelassen. Naja, eigentlich sogar alles, was mich mit Piltover verbindet. Ich muss mich bedeckt halten. Man hat mich in Zorn noch lange nicht vergessen, und es gibt jede Menge Leute, deren Gedächtnis ich lieber nicht auf die Sprünge helfen will. Ich gehe dort runter, sehe mir an, was die Barone so aufgeschreckt hat, und in ein paar Tagen bin ich zurück. Wahrscheinlich schneller. Der Fahrstuhl platzt fast aus allen Nähten, als die Schaffnerin sich heiser pfeift und die Türen endlich schließen. Hextraulische Winden lockern ihren Griff um die riesigen Ketten, die uns halten, und dann geht es abwärts. Ich setze mich ganz unten in der Kabine hin und starre aus den flaschengrünen Fenstern, während wir nach unten fahren. Das Morgenlicht hat ganz Piltover geflutet und lässt die Türme aus Eisen und Glas funkeln, während es die Kanten der Kluften nur leicht umspielt. Es wird im Laufe des Tages auch die Promenade, die höchste Ebene von Zorn, in seinen Glanz tauchen, aber in den unteren Ebenen wird es nicht mehr als ein Schimmer sein. Ich bewege meinen Fuß und sehe ein Symbol, das grob in den Boden gekratzt wurde. Irgendeine Art Spinne. Die Luft wird schon schmieriger, als der Fahrstuhl nur durch die Promenade fährt. Der Geschmack von Chem-Dämpfen legt sich auf meine Zunge und ich spüre ein Stechen in meiner Nase. Ich kann die Spitze des neuen Turms sehen, ein riesiges Bauwerk aus fahlem Stein und schimmerndem Glas, das aus dem Entresol in die Höhe ragt. In den unteren Stockwerken schuften Mechaniker, Arbeiter und Lakaien. Sie stellen Hex-Kristalle her und verfeinern sie, damit diese schließlich in die Stadt nach oben geschickt werden können. Nach dem Herstellungsprozess bleibt in Zorn nichts als das reine Abwasser, das zehnmal so gefährlich wie das Grau ist. Jedenfalls riecht es so. Ich weiß nicht genau, wem dieser Turm gehört, denn Ferros ist nicht mehr der einzige Clan, der synthetische Hex-Kristalle herstellt, auch wenn seine nach wie vor die stärksten und reinsten sind. Angeblich versuchen sogar Chem-Barone wie die Poeng Desteros mitzumischen und ohne die Hilfe der Händler-Clans billige Imitate anzufertigen. Aber höchstwahrscheinlich ist dieser Turm nur eine weitere gemeinsame Unternehmung der Barone und Clans. Als wir ins Entresol hinab sinken, springt mir durch das Fenster etwas ins Auge. Graffitis sind in den Fahrstuhlschächten nichts Ungewöhnliches, aber ein Bild hebt sich hell und neu von den anderen verblassten Tags ab. Eine Spinne. Ich schaue auf den Boden. Die Symbole sind identisch. Mein Blick geht wieder durch das Fenster. Immer wieder taucht diese Spinne auf. Ich stehe auf und drücke meinen Rücken gegen die Wand, als der Heuler stockend im Entresol zum Stehen kommt. Die Leute verlassen den Fahrstuhl und mehr als nur ein Augenpaar sieht mich beunruhigt an, weil ich keine Anstalten mache, auszusteigen. Eine Glocke ertönt. Gleich wird der ächzende Heuler weiterfahren. Die Schaffnerin kommt die Treppe hinunter und sieht sich um, bis sie mich entdeckt. Gleich geht's weiter nach unten, sagt sie. Das Unbehagen in ihrer Stimme ist nicht zu überhören. Du willst also Richtung Grube? Ich schaue mich um und sehe nichts als eine leere Plattform hinter den Türen. Sieht aus, als wäre ich die Einzige. In diesem Fall will man vielleicht lieber nicht einzigartig sein, Liebes. Sie kommt einen Schritt näher und schiebt sich ihre Schutzbrille auf die Stirn. Ich sehe die Furcht in ihren Augen. Mit der Grube stimmt in letzter Zeit irgendwas nicht. Bleib besser weiter oben. Weißt du, was da vor sich geht? Frage ich. Die Schaffnerin schaut runter und fummelt an ihrem Sonophon. Genug, um es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich mustere sie einen Augenblick. Ich glaube, ich lasse es drauf ankommen. Sie zögert, sichtlich hoffend, dass ich mich noch anders entscheide. Schließlich nickt sie langsam und geht wieder nach oben. Kurz darauf setzt sich der Heuler wieder in Bewegung und rumpelt und rattert allmählich der Grube entgegen. Dort werde ich erfahren, wovor alle so viel Angst haben. Unterhalb des Entresols wird das Licht schwächer. Die Chem-Lampen werden immer weniger. Wie Glühwürmchen steigen sie weiter und weiter nach oben, während der Fahrstuhl tiefer fährt. Das Licht des Heulers reicht, um die nähere Umgebung zu sehen, aber ob sich das wirklich lohnt, sei dahingestellt. Die Grube ist noch nie schön gewesen. Na gut, vor langer Zeit, also bevor die Flut die Hälfte dieser Gegend in einen Friedhof und die andere Hälfte in eine Mülldeponie verwandelt hat, war es vielleicht anders. Aber das ist lange her. In meiner Erinnerung ist es hier schon immer grässlich gewesen. Aber so wie ich das sehe, wird es seitdem nur noch schlimmer. Mach dir den Falschen zum Feind, brich ein Versprechen zu viel oder setz dein letztes Zahnrad auf das falsche Pferd. Am Ende landest du hier unten. Verzweifelte Leute versuchen hier ein Leben zu führen, in Sicherheit vor denen weiter oben, die nicht so tief sinken werden, um hier nach ihnen zu suchen. Damit ist die Grube fast so etwas wie ein Zufluchtsort, nur eben nicht vor den anderen Bewohnern. Die Lichter flackern und gehen aus. Ich stehe auf, gehe hinüber zum Fenster und lehne mich an das Geländer, um durch das grüne Glas zu schauen. Nach ein paar Augenblicken gehen die Lampen wieder an und erhellen den Schacht gerade genug, um mir zu zeigen, wovon er lückenlos bedeckt wird. Spinnen. Nichts als Spinnen. Dasselbe grobe Symbol wie weiter oben. Nur vorhin war es ab und zu mal zwischen den anderen Graffiti zu sehen, während es hier überall, ohne Ausnahme, reingeschnitzt, reingekratzt oder draufgesprüht wurde. Ein endloser Schwarm, der aus der Dunkelheit zu klettern scheint, nachdem er sie erobert hat. Ich spüre eine Kälte in meinem Bauch, einen winzigen Funken Adrenalin. Was auch immer ich hier für Kate finden soll, es hat mit diesen Symbolen zu tun. Weiter fahre ich nicht, höre ich die blecherne Stimme der Schaffnerin durch das Sonophon, als der ächzende Heuler zum Stehen kommt und das Eisen protestierend stöhnt. Die Türen öffnen sich und ich spähe auf eine verlassene Plattform. Das einzige erkennbare Licht ist eine einsame Chem-Lampe am unteren Ende, die schwach pulsiert. Ich verlasse den Fahrstuhl und die Türen schließen sich hinter mir. Der Heuler ist schon wieder auf dem Weg nach oben, als ich über die Schulter blicke. Schon bald ist er nur ein weiteres Glühwürmchen, das in die Dunkelheit aufsteigt. Zorn kennt so etwas wie Stille nicht. Nicht einmal in der Grube. Ein verrostetes Rohrsystem hustet Dampf aus, Fabriken und Schrottplätze brummen in der Ferne. Und in der Dunkelheit murmeln drei Stimmen vor sich hin. Das Spinnensymbol, das sich durch den ganzen Fahrstuhlschacht durchzieht, ist auch auf der abgenutzten Kleidung dieser Kerle zu sehen. Ihre Gesichter und Hälse sind durch neue Tattoos noch gereizt und gerötet. Sie sind bewaffnet und versuchen auch gar nicht, das zu verstecken. Einer hat eine Eisenkette, der andere ein Stück Rohr. In der Hand des Dritten sehe ich das stumpfe Schimmern einer angelaufenen Klinge. Sie sind noch jung. Jung genug, um mich nicht zu erkennen. Egal zu welcher Bande sie gehören, das hier sind noch Frischlinge. Und Frischlinge tun am ehesten etwas Dummes, um sich zu beweisen. Hast du dich verlaufen? fragt der mit dem Messer. Nicht wirklich, antworte ich und spiele eine gelangweilte Gelassenheit vor, während ich mir jedes Detail einpräge. Die Haltung, den Gesundheitszustand, die Stimmung. Innerhalb von ein paar Sekunden weiß ich, wer von ihnen die Befehle gibt und wer sie befolgt. Ich weiß, wer am ehesten wegläuft und wer Blut vergießen will. Ich will an ihnen vorbeigehen. Der eine reißt seine Klinge nach oben. Das gelbliche Licht der Chemlampe spiegelt sich in ihr. Ich glaube schon. Er mustert mich. Sag mal, Schwester, bist du hier, um die Stimme zu hören? Ich mache einen langsamen Viertelschrank. um alle drei im Blick zu behalten. Wessen Stimme meinst du? Der Messertyp rümpft die Nase. Gläubige und Pilger wüssten das. Und sonst ist hier niemand willkommen. Zeit umzukehren und nach Hause zu gehen, sonnenbefleckter Abschaum, spuckt ein anderer. Seine Freunde zischen ihre Zustimmung. Ich könnte vermutlich noch mehr Informationen aus ihnen herausquetschen, den Namen ihrer Bande, wem diese Stimme gehört oder wie genau sie die ganze Grube in Angst und Schrecken versetzen. Aber der Drang, meine Fäuste sprechen zu lassen, ist stärker. Kinder, Kinder, Kinder. Ich schüttle den Kopf und lächle. Ich balle eine Faust und meine Knöchel knacken so laut, dass sie es deutlich hören können. Ich bin doch zu Hause. Sie werfen einander kurze Blicke zu, bevor sie auf mich losstürmen. Mein Blick springt zu den Waffen. Er huscht von Klinge zu Kette, zu Rohr, um abzuschätzen, wen ich zuerst erledigen muss. Die Luft schmeckt nach Ammoniak und Schmierfett, als die Anspannung sich in einem Kampf entlädt. Ein kleines bisschen Blut wird der Luft nicht schaden. Meine Faust fliegt nach vorn. Erst dann merke ich, dass ich meine Handschuhe nicht dabei habe. Wenn man sie nur lange genug trägt, gewöhnt man sich an die Kraft, die man durch ein paar Atlas-Hextech-Fäuste bekommt. Als meine Fingerknöchel seitlich an den Schädel des Messertypen prallen, fühle ich, wie zwischen meinen Fingern etwas zur Seite springt. Der Schmerz kommt sofort und hart. Er lässt mich lange genug zögern, damit mich das Rohr des anderen Typen in den Brustkorb treffen kann. Der dritte Kerl umkreist mich und seine Kette zuckt zu meinen Beinen, aber meine Aufmerksamkeit ist ganz bei dem Messertypen. Nach meinem Schlag ist er auf allen Vieren. Ich ramme mein Knie gegen seinen Kiefer und er liegt flach. Danach schnappe ich mir die Eisenkette, ziehe den dazugehörigen Kerl zu mir und verpasse ihm eine ordentliche Kopfnuss. Seine Nase wird von meiner Stirn platt gedrückt. Er fällt zu Boden, beide Hände vors Gesicht geschlagen. Das Pfeifen des Rohrs warnt mich. Ich ducke mich darunter hinweg und das letzte Bandenmitglied verliert durch die Wucht des Schlages das Gleichgewicht. Von hinten nutze ich seinen eigenen Schwung, um ihn gegen die Wand zu schmettern. Er kommt sofort wieder auf die Beine und erstarrt. Seine Augen springen vom Messertypen zu mir und schließlich zum Kettentypen. Das Rohr scheppert, als es auf dem Boden aufschlägt und übertönt damit fast die lautstarken Stiefel des Feiglings. Ich stürze hinter ihm her, aber ein kaltes Stechen in meinen Rippen, das mir die Lungen abklemmt, lässt mich innehalten. Ich lasse ihn davonkommen. Die beiden anderen Typen sind den Ärger nicht wert. Ich breche die Klinge unter meinem Stiefel ab und schleudere die Waffen von der Plattform. Den Schmerz in meinen Rippen ignoriere ich, während ich tiefer in die Grube vordringe. Man sagt, dass ein verletztes Tier auf der Flucht immer an einen vertrauten Ort zurückkehrt, in sein Nest oder seinen Bau. Vielleicht sollte ich mir an der Natur ein Beispiel nehmen. Ich brauche irgendeine Zuflucht, wo mich zumindest ein paar Wände schützen. Allerdings gibt es für mich reichlich wenige Zufluchten in der Grube. Früher hätte es einige Orte gegeben, aber jetzt prangt überall diese Spinne, die alles verschlungen zu haben scheint. Ich muss mir irgendwo eine Verschnaufpause gönnen und hier unten fällt mir dafür nur noch eine Anlaufstelle ein. Ich weiß nicht mehr genau, wie und wann ich überhaupt ins Haus der Hoffnung für Findelkinder geraten bin. Ich habe schon lange nicht mehr an das Waisenhaus gedacht, aber ich kenne den Weg noch auswendig. Man erinnert sich immer an den Weg nach Hause, auch wenn man aus diesem Zuhause weggelaufen ist. Ich meide offene Bereiche und halte mich an die Schatten und Seitenstraßen, um weitere unangenehme Begegnungen zu vermeiden. Ich sehe immer wieder Gruppen von Bandenmitgliedern herumlaufen, alle sind bewaffnet, aber es herrscht kein Chaos. Hier unten wurde nichts verwüstet oder kaputt geschlagen. Aber warum sollten sie auch zerstören, was schon kaputt ist? So langsam lenkt mich meine Hand ab. Genau wie an meinen Rippen durchfährt sie mit jedem Herzschlag ein scharfer Schmerz. Ich spüre, wie sie unter den Bandagen anschwillt. Gebrochen ist sie nicht, aber verdammt nah dran. Ich ziehe die Bandagen einfach fester. Hinter der nächsten Ecke ist es schon, das Haus der Hoffnung in all seiner tristen und bröckelnden Pracht. Als ich es damals verlassen habe, war es schon in keinem guten Zustand und die letzten Jahre haben es nicht besser gemacht. Es erstaunt mich, dass es überhaupt noch steht. Eine Sekunde lang bin ich wieder ein Kind, das etwas lädiert von einer Prügelei oder einem Diebstahl nach Hause kommt. Bei seinem Anblick kann ich mein Lächeln nicht unterdrücken. Vor dem Gebäude spielen Kinder Fangen. Die schnelleren und gesünderen Jungen und Mädchen laufen denen davon, die ein Bein verloren haben oder die durch einen drittklassigen ESO-Filter husten. Sie sehen mich kommen und laufen alle weg. Vertrauen ist so weit unten in Sorn etwas, das kaum jemand verdient hat. Eine der ersten Lektionen, die man als zurückgelassener lernen muss. Eins der Kinder läuft zur Vordertür. Der Junge eilt die abgenutzten Stufen zum Eingang nach oben und fällt fast mit dem Kopf voran hin, bevor er ihn erreicht. Seine Faust schlägt gegen die Tür, bis sie sich öffnet. Eine junge Frau guckt hinunter. Zu jung, um seine Mutter zu sein, aber alt genug, um die Verantwortung für ihn zu tragen. Was habe ich dir dazu gesagt, auf der Treppe zu spielen? ermahnt sie ihn, während sie ihm mit dem Daumen etwas Dreck von seiner Wange reibt. Ich habe dir gesagt, dass sie nicht mehr gut in Schuss sind und dass du dir eines Tages sage ich und komme am unteren Ende der Stufen zum Stehen noch den Schädel brichst. Ihre Augen weiten sich. In dem Moment, in dem ich ihre Stimme gehört habe, wusste ich es. Mir schießt fast eine Träne in die Augen. Mein Verstand ringt darum, die junge Frau vor mir zu sehen und nicht das schüchterne kleine Mädchen von damals. Früher gab es ja ein Mädchen, das ich immer wieder vor dieser Treppe warnen musste. Ich lächle. Wenn ihr Kopf nicht gerade in einem Buch vergraben war, hat sie sich als Akrobatin versucht. Die Akrobatik habe ich an den Nagel gehängt, antwortet sie und schiebt den Jungen sanft durch die Tür, bevor sie nach draußen kommt und sie hinter sich zuzieht. Aber ich lese immer noch gern, wenn ich die Zeit dazu finde. Ro? Die erste Stufe knarrt unter meinem Gewicht, als ich einen Schritt auf sie zumache. Bist du das? Eigentlich kann es nicht sein. Doch, ich bin's. Ich steige noch eine Stufe hoch. Du kannst nicht Ro sein. Ro ist nur ein Kind. Sie reicht mir kaum bis zur Hüfte. Sieh eine an, wie du gewachsen bist. Hier unten bleibt niemand lange ein Kind, sagt sie. Das solltest du besser wissen als jeder andere. Noch eine Stufe. Schön, dich zu sehen. Es ist lange her. Na ja, schon, sie sieht zu Boden. Ich bin ja nicht die, die fortgegangen ist. Ich halte inne. Der Schmerz in ihrer Stimme ist nicht zu überhören. Als ich fortging, war sie nur ein Kind. Ich hatte mich um sie gekümmert, seit sie im Haus der Hoffnung angekommen war. Aber ich habe sie nie mit mir kommen lassen, um sie vor den Prügeleien, den Diebstählen und den ganzen Banden zu bewahren. Ich war ihre Beschützerin. Und dann bin ich gegangen. Hab gehört, du bist jetzt Gesetzeshüterin, sagt Roe und lehnt sich gegen die Tür. Siehst du irgendwo eine Marke? Ich breite meine Arme aus. Ich war eine Zeit lang bei den Wächtern, ja, aber unsere Wege haben sich getrennt. Das scheint dir oft zu passieren. Ich senke meinen Kopf. Hey, hast du Lust auf eine Rauferei? Du bist jetzt alt genug. Sie kann ihr Lächeln nicht zurückhalten. Vielleicht. Aber kann das warten, bis ich zurückkomme? Fragt Roe. Ich muss gleich los. Wohin? Roe schaut zurück zur Tür, dann wieder zu mir. Sie ist einen Moment lang still und scheint über mich nachzudenken. Ich mustere sie und bemerke eine Anstecknadel an ihrem Kragen. Kaum mehr als ein kleines Stück Altmetall mit einer Radierung. Eine Radierung von einer Spinne. Hast du je die Stimme gehört? Ich begleite Roe durch die verfallenen Viertel zu einer Versammlung. Sie spricht über ihr Leben und ich höre genau zu, um mehr über diese neue Person zu erfahren, zu der sie sich entwickelt hat. Ihre Schüchternheit ist noch da und sie ist noch cleverer als früher. Klar, sie hat sich schließlich nächtelang ständig in Büchern vergraben. Doch jetzt steckt noch mehr in ihr. Eine Entschlossenheit, eine Eindringlichkeit, die in ihren Augen leuchtet. Ich bleibe dabei, nur Fragen zu stellen und zu umschiffen, was ich hier unten überhaupt treibe. Von dem ganzen Gerede überkommt mich ein Hustenanfall, bei dem ich mich vor Schmerzen fast krümmen muss. Was? Roe lacht. Hast wohl zu viel Zeit weit weg vom Grau verbracht, hm? Hab ein Rohr in die Rippen gekriegt. Ich zucke zusammen und drücke eine Hand auf meine Seite. Ein kleines Willkommensgeschenk von deinen Freunden, als ich aus dem Heuler gekommen bin. Ihr Lächeln verblasst. Wir wollen alle dasselbe. Ein Ende der Unterdrückung. Die Befreiung von den Baronen und den Clans. Saubere Luft. Nur sind sich nicht alle einig, wie wir das bewerkstelligen sollen. Die meisten haben ein Leben in einer Bande hinter sich. Ihre Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Aber es gibt auch ein paar wirklich großartige Menschen hier. Gutwillige Leute, die nur eine bessere Zukunft für uns wollen. Ich habe Jahre in Piltover unter denen verbracht, für die Zorn nichts als ein Gefängnis ist. Eine Einöde. Eine Unterwelt. Piltover schaute herunter und sah, wie die Augen von Zorn zurückschauten, aber sie hatten nur Mitleid oder Hass für die Zorniten übrig oder glaubten, für sie sprechen zu können wie dieser Kerl, den ich festgenommen habe. Die wären mir jedenfalls lieber als die Kerle, denen ich schon begegnet bin, sage ich. Ro nickt. Ich bringe dich zu ihnen. Je näher wir kommen, desto mehr Leute begegnen uns. Junge Menschen, alte Menschen, Mitglieder von verfeindeten Banden, die einander vor ein paar Wochen noch die Kehlen aufschlitzen wollten, alle friedlich beisammen. Und jeder Einzelne hat in irgendeiner Form eine Spinne an seinem Körper. Auf einem Flicken an der Kleidung, als Tattoo auf der Haut oder wie Ro als Anstecknadel. Sie warten in geordneten Schlangen darauf, eine alte Fabrik betreten zu können, die nur noch drei Mauern und kein Dach mehr hat. Wir erreichen die Tür. Zwei Schläger versperren uns den Weg. Beide sind bewaffnet, wobei der eine mit einer Kralle aus poliertem Eisen augmentiert ist. Doch sie kennen jeden hier beim Namen und begrüßen ihn herzlich. Ro, meine Schwester, sei willkommen, sagt einer der beiden mit einer ruhigen und sanften Stimme, die ich ihm angesichts seiner grobschlechtigen Erscheinung nicht zugetraut hätte. Dann schaut er zu mir. Aber die hier nicht. Lass sie rein, sagt Ro. Sie gehört zu mir. Sie ist sonnenbefleckt, sagt der andere und hebt sein Kinn höhnisch. Man kann ihr nicht trauen. Sie wollen mich tatsächlich für dieses lächerliche bisschen Bräune, das ich oben in Piltover abbekommen habe, wegschicken. Und nicht etwa, weil ich zu den Wächtern gehört habe. Die Kerle kennen sich wohl noch nicht gut aus. Sie ist gekommen, um die Stimme zu hören. Ich bürge für sie, Tog. Ro starrt dem Wachmann in die Augen und weicht seinem Blick keine Sekunde aus. Lasst uns durch. Die beiden Kerle beraten sich und wenden sich nach einem kurzen Gemurmel wieder an uns. Jeder darf die Stimme hören, also bist auch du willkommen. Aber wir behalten dich im Auge. Ich spüre ihre Blicke in meinem Rücken, als wir eintreten. Die Anspannung in der Luft treibt mich dazu, mich direkt nach Fluchtwegen umzusehen, falls die Suche außer Kontrolle gerät. Dieser Ort ist eine Ruine. Überall Löcher und eingestürztes Mauerwerk. Auch wenn es schiefläuft, komme ich hier wieder raus. Die einzige Frage ist, ob Ro mit mir weglaufen oder mir hinterherjagen wird. Es gibt keine Zeremonie, kein prunkvolles Ritual, keine Musik oder Gebetskerzen, nicht mal eine Schüssel, die herumgereicht wird, um Spenden einzusammeln. Hier steht einfach nur eine Menschenmenge um einen Haufen Schutt herum, auf dem ein Mann in aller Stille wartet. Ist er das? flüstere ich zu Ro. Ist er die Stimme? Sie nickt. Ich schaue ihn mir an. Das ist der Mann, der die Grube erobert hat. Ich kann es nicht fassen. Er ist jung, kaum älter als Ro und damit selbst fast noch ein Kind. Er ist dürre und ausgemergelt, aber an seinem Blick erkenne ich, dass er mit dem Bandenleben vertraut ist. Seine Augen haben schon mehr als genug Schrecken gesehen. Doch es liegt auch eine seltsame Wärme in ihnen. Es ist, als würde er einem ganz vertraulich unter vier Augen ein Geheimnis erzählen wollen. Die letzten Wartenden werden eingelassen und die Stimme beginnt zu sprechen. Ich sehe viele neue Gesichter. Seine Stimme ist sanft, kaum hörbar, doch sie erreicht jedes Ohr. Ihr seid hier alle willkommen. Jeder von uns hat seinen ganz eigenen Weg beschritten, um schließlich hier anzukommen. Zahllose Pfade, die hier zusammenführen und zu einem werden. Wisset, dass ihr nicht länger allein seid. Ich beobachte die Menge. Jeder hier hängt an seinen Lippen. Ich frage mich, wie viele solche Worte noch nie gehört haben. Die Verstoßenen, die Missbrauchten, die Vergessenen. Heute werden sie zum ersten Mal von jemandem als Mensch angesehen. Wir alle tragen Narben, fährt die Stimme fort, Male aus dem Leben, das wir überstehen mussten, Zeichen unserer Prüfungen und unseres Leids. Die Welt hat getan, was sie nur konnte, um uns niederzuschlagen, um uns davon zu überzeugen, hier zu bleiben und dankbar zu sein für das bisschen, das wir haben. Das ist nun schon viel zu lange Realität. Es wird Zeit, etwas zu ändern. Durch die versammelte Menge geht ein Raunen der Zustimmung. Man muss nicht als Wächterin gearbeitet haben, um zu spüren, wie die Anspannung allenthalben steigt. Die Stimme reißt alte Wunden auf, lässt den Schmerz wieder aufwallen. Er sagt die Wahrheit. Diese Leute hier haben mehr als genug Leid erfahren, aber ich erkenne, welche Absichten er mit dieser Wahrheit zu verbergen versucht. Wie lange schon drücken ihre Stiefel auf unsere Kehlen? Seine Stimme wird lauter und nimmt eine neue Schärfe an. Die Kämberrone. Ihr Reichtum fußt auf dem Missbrauch unserer Heimat. Und was bekommen wir dafür? Wir bekommen Gift in unsere Atemluft und in unser Trinkwasser. Wir bekommen Krankheit, Schmerz, Tod. Haben wir das etwa verdient? Nein! Die Menge ist jetzt wütend. Sie spielt ihm genau in die Karten. Ich schaue zu Roe neben mir und sehe in ihrem Gesicht denselben Zorn, der auch alle anderen Gesichter hier verzerrt. Vielleicht spricht da die Querdenkerin in mir, aber ich finde, für dieses Schauspiel hätten sie sich eigentlich ein Theater anmieten sollen. Ich sage, es reicht, knurrt die Stimme. Nie wieder werden wir um unsere Brüder und Schwestern trauern, die zu schwach sind, um sich auf den Beinen zu halten. Nie wieder werden wir zusehen, wie unsere Kinder dahin siechen. Die Barone werden für das, was sie getan haben, bezahlen. Aber nicht nur das. Wir werden diejenigen ihrer gerechten Strafe zuführen, denen sie wirklich dienen. Jetzt ist es soweit. Die Stimme zeigt anklagend mit einem Finger Richtung Himmel. Den korrupten Händlern in der Stadt, die über unseren Köpfen thront. Einer Stadt, in der diese Händler von der strahlend hellen Sonne geblendet werden und gar nicht mehr sehen, welche Verbrechen sie hier unten begangen haben. Welches Leid sie euch und euren Lieben zugefügt haben. Sie verstecken sich hinter ihrer Blindheit, weil sie glauben, von ihr beschützt zu werden. Aber sie werden keinen Schutz finden. Nicht nachdem er gekommen ist. Als hätte er gerade von einem Gott gesprochen, geht ein ehrfurchtsvolles Flüstern durch den Raum. Roe wischt sich eine Träne aus dem Auge. Er hat jeden in seinem Bann, aber alles fühlt sich falsch an. Diese Stimme hat noch kein Wort gesagt, dem ich traue. Von wem spricht er? Frage ich. Doch Roe nickt nur in seine Richtung, als er weiterredet. Ich bin seine Stimme und wir alle seine Söhne und Töchter. Ich habe sein Gesicht gesehen. Ich habe seinen Worten gelauscht und seine Prüfung überlebt. Er hat mich mit seinen Händen berührt und zu seinem Auserwählten gemacht. Meine Aufgabe ist es, seine Schar zu sammeln und auf seine Rückkehr vorzubereiten. Bald schon wird der Tag anbrechen, meine Brüder und Schwestern. Mit ihm kommt nicht Rache, sondern Gerechtigkeit. Und wer wird mit Blut für diese Gerechtigkeit bezahlen? Stille senkt sich über die Menge. Alle Augen wenden sich zu mir und ich stelle fest, dass ich aufgestanden bin. Was tust du da? zischt Roe und zieht an meiner Hand. Verfluchtes Temperament. Wei, du bist eine miserable Spionin. Na schön, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich habe solches Gerede schon oft gehört, sage ich, sowohl an die Stimme als auch an die Menge gerichtet. Wortgewandte Redner, die den Schmerz derer ausnutzen wollen, denen Unrecht geschehen ist. Diese Leute stacheln sie im Namen der Gerechtigkeit an. Dabei wollen sie ihre Marionetten nur tanzen sehen und sich wie ein Gott fühlen. Die Stimme hört zu, ohne dass seine geduldige Fassade bröckelt. Ich habe dich noch nie hier gesehen, Schwester. Du kennst unsere Bräuche nicht und niemand kann dir vorwerfen, unseren Weg nicht deutlich zu sehen. Oh, ich sehe sehr deutlich. Ich schaue ihn voller Wut an. Ich sehe einen Kult, der dazu aufgepeitscht wird, Blut zu vergießen. Ich sehe einen Lügner, der Freiheit und Wohlstand verspricht, aber an jedem Eingang zu seinem Territorium bewaffnete Schläger aufstellt. Sie werden unsere Freiheit für uns erkämpfen, antwortet er schlicht. Er mustert mich. Wenn unsere Brüder dich angegriffen haben, dann tut es mir leid. Bitte verstehe, dass ein Hund sich irgendwann nicht mehr treten lässt und zurückbeißt. Wir haben gewartet und gewartet, aber jetzt endlich gibt es einen Weg. Er kommt von seinem Schutthaufen herunter und nähert sich mir mit ausgebreiteten Armen. Ich sehe viel Schmerz in dir. Großes Leid, das du hinter deinen Augen verborgen hältst. Ich sehe ein Kind aus Sorn, das sein rechtmäßiges Zuhause verlassen hat. Man sieht dir den verderblichen Einfluss von Piltover an. Du glaubst, dass Stärke bedeutet, unseren Unterdrückern dabei zu helfen, sich zu verändern. Aber sie werden sich niemals verändern. Du bist stark. Stark genug, um dabei zu helfen, diese Leute zu befreien. Mit Worten kann er wirklich umgehen. Ich bemerke, dass ich meine Hände zu Fäusten geballt habe. Ich atme aus und löse sie langsam. So spaßig es auch wäre, ihm die Visage zu polieren, ich wäre weniger als fünf Sekunden danach erledigt. Der Schmerz, den du da siehst, gehört mir. Ich schlage mit einer Faust auf meinen Brustkorb. Ich trage die Last meiner Entscheidungen. Ich schiebe sie nicht auf die Schultern von anderen. Ich mache niemanden zum Sündenbock. Und ich glaube auch nicht, dass das Unrecht, das ich erlebt habe, mich dazu berechtigt, anderen Unrecht zuzufügen. Die Stimme senkt den Kopf und kichert leise, bevor er meinem Blick wieder begegnet. Du würdest ihm gefallen. Aber wenn dieser Weg nicht der Deine ist, dann geh jetzt. Niemand hier wird dich aufhalten. Kommst du allerdings zurück, kann ich für nichts garantieren. Ich schaue zu Ro, zu all den Gesichtern, die mich anstarren. Ich gehe. Das solltet ihr alle tun. Niemand wird kommen. Es gibt kein höheres Wesen, das euch Erlösung bringt. Hier ist nur ein Mann, der nach verlorenen Seelen sucht, die nach seiner Pfeife tanzen. Wieder dieses sanfte Lächeln, das fast schon traurig ist und in dem kein Hauch von Bosheit steckt. Nein, mein Kind, er ist mehr als echt. Und schon bald wirst du dich nicht mehr auf meine Worte verlassen müssen, um das zu glauben. Niemand kommt mir in die Quere, ganz wie die Stimme gesagt hat. Ich werde nicht mal bedroht. Ich höre kein einziges unwirsches Wort, bis ich die Ruine verlassen habe und Ro mich eingeholt hat. Sie schneidet mir den Weg ab. Was glaubst du, wer du bist? Ich... Du bist fortgegangen, platzt es aus Ro heraus. Du bist jahrelang weg und plötzlich kommst du wieder und glaubst zu wissen, was für mich am besten ist? Ich habe genug gehört. Sag mir nicht, dass du dieses Gerede wirklich glaubst. Was ist daran so schwer zu glauben? Dass es da draußen irgendjemanden gibt, der sich darum schert, was in der Grube los ist? Ich hole Tiefluft. Ich erkenne einen Hetzredner, wenn ich ihn höre, Ro. Sie reden und sagen alles, um die Leute aufzustacheln, aber letztendlich lassen sie immer andere für sich bluten. Er manipuliert euch alle. Er versucht uns zu helfen. Sie schüttelt verbittert den Kopf. Erinnerst du dich noch, wie es hier unten ist? Du hast es rausgeschafft, aber der Rest von uns hat weniger Glück. Wir bleiben isoliert und allein. Hier wird sich nie etwas ändern. Er wird uns befreien. Wie? Ich gebe mir verdammt große Mühe, jetzt nicht wie eine Wächterin zu klingen. Und wie viele Leute werden noch am Leben sein, wenn er fertig ist? Weißt du, was er vorhat? Ro, wenn du etwas weißt, dann sag es mir bitte. Das ist extrem wichtig. Etwas in ihrem Blick verändert sich. Warum? Wem willst du davon erzählen? Warum bist du überhaupt hier? Ich will verstehen, was passiert ist. Ich hebe beide Hände und versuche das Misstrauen, das sich in unser Gespräch eingeschlichen hat, zurückzudrängen. Und was jetzt gerade passiert, damit ich verhindern kann, dass sich zwei Städte auseinandernehmen? Ro lacht. Aber die zweite Hälfte ist eher ein Schluchzen. Du warst zu lange in der Sonne. Du hast all die Jahre dort oben gelebt und sagst, dass wir dir wichtig sind. Aber was zum Teufel hast du für uns getan? Ro, nenn eine Sache, drängt sie. Eine einzige Sache, die du für die Leute hier unten, nein, für mich getan hast und die nichts damit zu tun hatte, uns hier unten weggesperrt zu lassen. So einfach ist das nicht. Warum nicht? Es ist eine einfache Frage, aber sie sticht mir wie ein Messer in den Bauch. Sie könnte von einem Kind kommen, das verstehen will, warum mit seiner Welt etwas nicht stimmt. Vergiss es. Geh zurück nach oben. Du gehörst hier nicht her. Er wird kommen, Vai. Dann wirst du schon sehen. Ihr alle dort oben werdet sehen. Wer? Ich greife nach ihren Schultern. Ro. Wer ist er? Ihr Gesichtsausdruck wird eiskalt. Jeder weiß, Chemtech-Terror. Chemtech-Terror? Die Nacht ist oben über der Promenade hereingebrochen. Kate hat alles zurückgelassen, was sie hier im geschäftigen Treiben am Übergang zwischen den beiden Städten als Sheriff von Piltover enttarnen konnte. Sagt dir das was? Frage ich. Kate schüttelt kurz ihren Kopf. Ich stelle ein paar Nachforschungen an und schaue mal, was ich in Erfahrung bringen kann. Was hast du noch rausgefunden? Ich erzähle, was ich gesehen habe. Die Symbole an jeder Wand, die vollständige Kontrolle über die Grube, die Worte der Stimme bei der Versammlung. Sie sind organisiert, sage ich ihr. Organisiert und wütend. Die Frage ist nicht, ob die Sache aus dem Ruder läuft, sondern wann. Okay. Sie atmet tief ein und denkt über alles nach. Und wissen wir, wo oder wie sie aus dem Ruder laufen wird? Nein. Kates Stimme verändert sich bei der nächsten Frage. Sie wird leiser. Ein Flüstern. Hat irgendjemand von Ihnen Hextech erwähnt? Hextech? Ich schaue sie finster an. Was hat das denn mit allem zu? Hextech? Wiederholt sie und starrt mir unverwandt in die Augen. Wenn irgendwer von Edelsteinen, Kristallen oder Magie redet, dann musst du mir das sofort erzählen. Mir dringt sich eine Frage auf. Ich will sie nicht stellen, aber ich weiß, dass sie so lange in meinem Kopf herumschwirren wird, bis ich es doch tue. Weißt du schon, wonach du suchst, Kate? Sie sieht mich an. Wir stehen auf derselben Seite, why? Und welche Seite ist das? Die Tatsache, dass sie so etwas sagen muss, beunruhigt mich nur noch mehr. Hier geht es nicht um die Barone, oder? Wir beobachten ihre Fäden mit den Banden schon seit Jahren und haben noch nie einen Finger gerührt. Auf einmal taucht ein neuer Akteur auf, den die Barone nicht an der kurzen Leine halten können und jetzt sprichst du von Hextech. Die Clans haben Angst um ihre Gewinnmargen. Also sollen wir runter und Sorn unter Kontrolle bringen? Kate antwortet nicht. Mein Blut kocht. Ich presse einen langsamen Atemzug hervor. Ich muss es wohl selbst rausfinden. Ich habe dir gesagt, was ich konnte und was du wissen musstest. Sie mustert mich und ihre Augen bleiben auf meiner Hand hängen. Du bist verletzt. Ich komme klar. Ich drehe ihr den Rücken zu und gehe. Das Licht der Morgendämmerung reicht nicht bis hier unten. Die flackernden Chemlampen kann man wohl kaum als Ersatz für das Tageslicht bezeichnen, aber sie sind alles, was die Stufen zur Vordertür vom Haus der Hoffnung beleuchtet. Dort sitzt der kleine Junge. Allein. Hallo, sage ich sanft. Erinnerst du dich an mich? Ich bin Rows Freundin. Ich heiße Vi. Wie heißt du? Wir sind beide vorsichtig, während ich näher komme. Er zieht einen Schmollmund, seine Wangen sind gerötet und seine Arme vor der Brust verschränkt. Julie. Julie, sage ich und halte ein paar Stufen von ihm entfernt an. Weißt du, wo Ro ist, Julie? Er nickt. Sie ist weggegangen. Mein Magen zieht sich zusammen. Wo ist sie hingegangen? Der Junge guckt mich an und ich sehe, dass seine Augen in seinem schmutzigen Gesicht feucht werden. Sie ist wütend nach Hause gekommen. Dann ist sie mit ein paar von ihren Freunden wieder weggegangen. Okay, Julie. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Ich strecke meinen Arm ganz langsam aus und stütze mich mit meiner Hand auf die Stufe, auf der er sitzt. Er sieht mir zu, schreckt aber nicht zurück. Weißt du, wo sie hingegangen ist? Sie hat gesagt, das Warten wäre jetzt vorbei. Julie schnieft. Ich wollte auch mitgehen, aber sie hat gesagt, ich soll hier bleiben. Wo sind sie hingegangen? Ich versuche, ruhig zu bleiben, um ihn nicht zu verschrecken, aber mein Geduldsfaden wird allmählich dünn. Zum neuen Turm. Julie nickt in Richtung Entresol. Sie hat mir gesagt, dass sie dort magische Steine herstellen. Ich habe sie gefragt, ob sie mir einen mitbringen kann und sie hat versprochen, dass sie genug für alle haben würde, wenn sie zurückkommt. Ich habe ihm schon den Rücken zugedreht und laufe. Der Weg zum Entresol dauert eine Weile, aber wenigstens weiß ich, wo ich hin muss. Zum Turm. Ein symbolisches und tatsächliches Abbild von den Unterdrückern der einfachen Sorniten. Er erstreckt sich über beide Städte, aber während in Sorn Schweiß und Blut vergossen werden, fließt das Geld vor allem in Piltover. An der Spitze des Turms befindet sich eine Kuppel, von wo aus die Vertreter der Händlerclans über die Arbeiter unten herrschen. Wenn sie sich heute die Mühe machen würden, herunterzuschauen, würden sie in Panik verfallen. Das Fundament ihres Turms ist von all dem vergossenen Blut rot getränkt. Als ich eintreffe, liegt schon eine Schicht von Leichnamen auf dem Boden. Die Hexkristalle gehen zwar nach Piltover, aber die Chembarone erhalten auch ihren Anteil, weil der Turm auf ihrem Grund und Boden steht. Deshalb lassen sie die Fabrik auch stets von genügend Schlägern bewachen. Der Kult muss die Tore gestürmt und die Wachen in der Flut seiner Anhänger ertränkt haben. Mein Weg wird von den Toten beider Seiten markiert. Die Sicherheitskräfte haben Chemtech-Waffen, eine Kampfausbildung und Erfahrung, aber gegen den Sturm aus Fanatikern, die kaum mehr als stumpfe Gegenstände und die Sehnsucht nach einem kleinen bisschen Vergeltung haben, hatten sie keine Chance. Die Tore stehen weit offen und ich beobachte, wie Männer und Frauen, die ich schon bei der Versammlung gesehen habe, Kisten herumschleppen und Gestelle mit runden Metallkanistern betrachten. Ich bleibe auf Abstand und tauche in der Menge unter. Unerkannt bahne ich mir meinen Weg zu der Stelle, wo sich die meisten Fanatiker sammeln. In ihrer Mitte steht ein Stapel mit Kisten, die sie aus dem Turm geholt haben. Ich kann Row nirgendwo sehen. Auf den Kisten steht die Stimme. Sein Gesicht ist blutbefleckt und voller Schrammen, seine Kleidung zerrissen. Es sieht aus, als wäre er im Herzen der Kämpfe gewesen. Mit einem Brecheisen hebelt er die Kiste auf, die ihm am nächsten steht und gibt so den Blick auf Gestelle mit kleinen, schimmernden, blauen Steinen frei. Synthetische Hextech-Kristalle. Dies ist ein monumentaler Tag! Die Stimme hält einen der Kristalle triumphierend in die Luft. Seht, das Mittel zu unserer Freiheit. Wir haben so lange alles gegeben und nichts bekommen. heute wird sich das ändern. Wir werden die Waage ins Gleichgewicht bringen und uns nehmen, was rechtmäßig uns gehört. Seine Freude wird von einem furchtbaren Kreischen durch Metall auf Stein unterbrochen. Alle Augen blicken zu den Mauern des Turms auf, wo eine dunkle Gestalt in einem Hagel aus dreckigen Funken heruntersteigt. Selbst aus meiner Entfernung ist sie gewaltig. Einer ihrer Arme wurde durch eine riesige Kanone ersetzt. Der Oberkörper thront auf einer Vielzahl von gespreizten mechanischen Beinen, die in Krallen enden und so tiefe Wunden in den Turm reißen. Als die Gestalt näher kommt, erkenne ich, dass der Oberkörper Waage an einen Menschen erinnert. Das bleiche Fleisch ist mit Metall sowie schillernd grünen medizinischen Schläuchen verschmolzen und sitzt auf den Beinen eines Monsters oder einer Spinne. Der Chemtech-Terror. Ich höre, wie der Name in einem Flüstern durch die Menge geht, als wäre er der Name einer Gottheit. Ich hatte gedacht, die Stimme wäre verblendet oder ein Hochstapler, dass diese Kreatur nur ein Hirngespinst wäre, mit dem er eine Armee für sich rekrutieren wollte, aber sie ist real. Auf einmal ist die Sache um einiges gefährlicher geworden. Der Chemtech-Terror kracht auf den Boden und wirbelt eine Wolke aus Staub und Steinsplittern auf. Die Leute verfallen in eine ehrfürchtige Stille und machen den klackernden Spinnenbeinen Platz, als der Terror zu seinem Propheten geht. Du bist da, sagt die Stimme in einem berauschten Flüstern. Du bist endlich da. In der Tat, mein Zeuge. Seine wahre Stimme ist wie ein Donnerschlag, der durch einen Schmelzofen hallt. Ich bin da. Ich dränge mich so tief in die Menschentraube, wie ich nur kann. Meine Augen huschen hin und her, um Roe zu finden, ohne den Chemtech-Terror dabei aus den Augen zu lassen. Die Stimme springt von den Kisten herunter. Seine Hände sind voller Hexkristalle. Mächtiger Chemtech-Terror, sagt die Stimme und strahlt. Ich bringe dir diese Kristalle da, die wir mit dem Blut deiner Kinder erkämpft haben, den Schlüssel zu unserer Freiheit. Die Stimme schüttet die Kristalle in die verbleibende Hand ihres Meisters und macht erwartungsvoll einen Schritt zurück. Warum bringst du mir diese Steine? Der Chemtech-Terror neigt seine Hand und die Kristalle fallen auf den Boden. Stille. Dann Ich verstehe nicht, stammelt die Stimme, während sie beobachtet, wie die unbezahlbaren Edelsteine durch den Staub rollen. Offensichtlich. Wir haben dir ein Vermögen errungen, damit können wir Waffen kaufen, ganze Armeen. Du denkst genau wie sie. Die Worte des Chemtech-Terrors klingen wie eine Beschuldigung. Sein Blick streift durch die Menge. Hast Keto war für das, was aus den Leuten geworden ist, aber ihre Vorfahren müsst ihr verehren. Sie waren tüchtig und hingebungsvoll, ja sogar stark genug, um die Magie unserer Welt ihrem Willen zu unterwerfen. Oh, sie waren wahrlich mächtig. Ich spüre, dass die Menge verwirrt ist, denn ich bin es auch. Welche Worte sie sich auch von ihrem Erlöser erhofft haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese waren. Doch mit der Zeit lastete ihr Werkzeug immer schwerer auf ihnen. Erst wurde es zu einer Krücke und schließlich zu ihrem Meister. Sie haben sich selbst versklavt. Eines Tages erwachten sie und waren so von diesen Edelsteinen befesselt, dass die Zivilisation, die sie geerbt hatten, ohne diese Steine untergehen würde. Er wendet sich zu der Stimme. Reichtum ist ein Laster, keine Stärke. Der Junge, den ich an jenem Tag gefunden habe, schien würdig zu sein. Habe ich einen Fehler gemacht. Unsicherheit bemächtigt sich der Menge. Uns allen wird plötzlich sehr bewusst, dass fast jedes Körperteil des Chemtech-Terrors eine tödliche Waffe ist, als seine verbleibende Hand den Kiefer der Stimme umschließt. Ich wurde auserwählt, fleht die Stimme, an jenem Tag, du hast mich verschont. In der Tat, das Monster nickt langsam. Doch ich bin nicht unfehlbar. Ich kann nur versuchen, meine Fehler zu erkennen und sie zu korrigieren. Die Stimme schreit, ein kreischender kurzer Klang, ein kurzes Jaulen voller Schmerz, dann Stille. Der Chemtech-Terror wirft den Leichnam weg, als hätte es seine Stimme nie gegeben. Ich bin Irgott, sagt die Kreatur an die Menge gewandt, und ich habe euch gehört, Sohn, das Geflüster aus euren Herzen, die Dinge, die ihr euch von mir erhofft und erträumt, die Namen, die Titel, Erlöser, Gott. Ich spreche heute zu euch und sage euch, dass ich nichts davon bin. Ich bin etwas Größeres. Ich bin eine Überzeugung. die anwesenden Personen scharen sich um ihn, umringen seine monströse Erscheinung wie ein fanatischer Kult seinen Hohepriester. Er greift nach einem der Metallkanister und erst jetzt sehe ich, dass hinter den Toren noch Dutzende mehr sind. Ich bin ein Spiegelbild dieser Welt, ein Echo des großen Wettstreits zwischen Stärke und Schwäche, der mit jedem Atemzug in unserer aller Seelen ausgetragen wird. Ich kann für euch kein Gott sein. Das liegt nicht in meiner Macht. Doch ich kann euch prüfen, damit ihr erfahrt, ob ihr stark genug seid, euer eigener Gott zu sein. Mir jagt ein Schauer über den Rücken, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Er Gott deutet auf die medizinischen Schläuche, die seinen mechanischen Körper mit der Maske in seinem Gesicht verbinden. Dann hält er einen Kanister hoch. Auf ihm prangen Warnzeichen. Toxisch. Gift. In dieser metallenen Hülle ist die Luft, die ich jetzt gerade atme. Ich habe sie eingesogen und sie erobert, denn wahre Freiheit kommt von innen. Diese Nachricht werden wir zu unseren Feinden tragen, unseren Möchtegern unterdrückern. Irgot mustert die Menge. Wer von euch ist stark genug, um mir zu folgen? Wer kann dieses Elend in sich aufnehmen und ihm trotzen? Alle gehen auf die Knie, warten sehnsüchtig auf ihre Taufe. Irgot brüllen sie. Irgot! Irgot! Also gut. Irgot umschließt das Sicherheitsventil des Kanisters mit seinen bleichen Fingern. Eure Träufung beginnt. Das Gas schießt zwischen Irgots Fingern hervor, als er das Ventil zerquetscht. Er reißt einen Teil des Kanisters ab und eine grüne Wolke strömt heraus, um seine Anhänger einzuhüllen. Ich bin fast ganz hinten und fernab von der stärksten Konzentration, aber sofort beginnen Leute zu sterben. Roe, flüstere ich und dränge mich durch die Menge, als Panik um sich greift. Männer und Frauen brechen zusammen, rosafarbener Schaum quillt aus ihren Mündern und Nasen. Die vergiftete Luft beginnt in meiner Kehle zu kratzen. Ich finde eine entsorgte Gasmaske in der Ruine eines Geräteschuppens und setze sie auf. Vor meine Augen legt sich ein grässlicher grüner Schleier. Ich sehe Silhouetten um mich herum, die zucken und zittern und zu Boden fallen. Ich muss Roe finden. Ich muss sie heraus schaffen. Ich muss sie finden. Und das tue ich. Sie kniet in einer Gruppe Anhänger. Dunstschwaden ziehen über ihre Brustkörbe hinauf. Das Gas hat sie erreicht. Roe! Sie schaut auf und erkennt mich. Das schüchterne kleine Mädchen von früher. Roe sieht mir in die Augen, ihr Blick ohne Zweifel und voller Überzeugung und sie atmet ein. Nein! Ich hechte an ihre Seite. Ihre Haut verfärbt sich schwarz. Ein dunkles Netz aus vom Gift verdorbenen Venen durchzieht ihren Körper. Sie wirkt. Blutiger Schaum umgibt ihre Lippen. Ich reiße mir die Gasmaske aus dem Gesicht und versuche sie auf ihren Mund und ihre Nase zu drücken. Roe bringt ihr mich zu wehren. Selbst als ihr Körper zu Boden sackt. Ihre Entschlossenheit, diese eiserne Überzeugung verlässt ihre Augen erst mit den letzten Lebens Funken. Weniger als die Hälfte der Menge ist noch am Leben, als sich die Wolke endlich verstreut. Viele von den Überlebenden sind zur Hälfte augmentiert und haben künstliche Luftröhren und Kiefer, die von klobigen Esofiltern aus branntem Zucker. Tränen laufen durch den Schmutz in meinem Gesicht. Er hebt euch! Ergoth hebt eine Hand und seine Armee kommt auf die Beine. Jene von euch, die diese Prüfung bestanden haben, besitzen das Recht und die Pflicht, die ganze Welt dieser Prüfung zu unterziehen. Seine Augen richten sich auf die Spitze des Turms. Zu lange schon sehen sie die wahren Früchte ihrer Arbeit nicht. Es wird Zeit, dass wir sie ihnen bringen. Ergoth hat den Turm versiegelt und seine Anhänger lassen das Gas eines jeden Kanisters in das Belüftungssystem strömen. Der giftige Dunst windet sich an dem Turm empor, als wäre eine widerwärtige grüne Schlange, die Stockwerk um Stockwerk einen erstickenden, lähmenden Tod bringt. Ich hatte mich eingeschlichen, bevor die Tore versperrt wurden, mein Herz klopft wie wild, als ich die Treppe zur Spitze nach oben renne und die Gasmaske vor mein Gesicht presse. Ich weiß nicht, wie viele Tote ich auf den Stufen sehe, aber mich beschleicht das Gefühl, dass ich zu erreichen. Dort warten Männer und Frauen aus den Clans und wenn sie sterben, dann werden viele aus beiden Städten folgen. Diese Symbiose, dieser zerbrechliche Frieden wird ein Ende finden und alle, die nur darauf warten, endlich eine Ausrede für Gewalt zu haben, werden eine bekommen. Diesen Kampf würde Sorn niemals gewinnen. Ich bin gewillt, mein Leben zu geben, um das zu verhindern. wirklich Unschuldigen verschont bleiben. Als ich die Türen zum Allerheiligsten des Clans aufstoße, widert mich der Anblick nur an. Die Spitze des Turms bildet eine schimmernde Glaskuppel, die akribisch so angemalt wurde, um wieder strahlende blaue Himmel auszusehen. Wo ich auch hinsehe, erkenne ich nichts als Überfluss, von den schmuckvollen Möbeln bis hin zu den Silbertabletts mit gezuckerten Früchten. Die Vertreter des Clans leben hier oben nicht in einem Labor oder einem Arbeitsplatz. Ihre Welt ist ein Palast. Ich eile zu einer Traube aus verängstigten Piltoveranern und versuche meine Wut zu unterdrücken, als ein vertrautes Gesicht aus ihrer Mitte kommt. Kate? Der Sheriff tippt sich zum Gruß an den Hut. Hier oben in der Promenade verschwimmen die Grenzen zwischen Zorn und Piltover ab und an. Manchmal weiß man einfach nicht genau, wo der eigene Zuständigkeitsbereich endet. Ich sage ihr, was passiert ist und was bevorsteht. Also gut. Sie holt einen sperrigen Behälter hervor und gibt ihn mir. Die wirst du brauchen. Die Handschuhe surren voller Leben, als ich sie anlege. Ich balle eine Faust. Meine schmerzenden Knochen sind nur eine blasse Erinnerung, während ich auf die nahende Prügelei warte. Giftiger Nebel rollt herein. Sofort sticht er in meinen Augen und beißt in meiner Lunge. Einige der Clan Leute übergeben sich. Kates Gesicht wird steinern und sie reißt ihr Gewehr schneller hoch, als ich gucken kann. Ich höre einen einzigen Schuss und seinen Nachhall in meinen Ohren. Die Kugel zerreißt die Luft Zweigen vom Einschlagsloch ab, zucken über die Oberfläche wie kleine Blitze. Die Kuppel zerbricht, eingefärbtes Glas regnet auf uns nieder und schneidet sich durch Luft und Haut. Die Druckveränderung zerrt an dem Gas und reißt es aus dem Turm. Das erkauft uns eine Verschnaufpause, aber sie ist nur kurz. Dunst füllt den Eingang, bevor er durch die anpörschenden Kultisten verdunkelt wird. Sie laufen auf und ab und rasseln mit ihren Waffen, doch noch halten sie sich zurück. Wieder wird der Eingang dunkel, dieses Mal vollkommen lückenlos. Die Dunkelheit verfestigt sich zu Ergots massiver Silhouette. Er duckt sich, um Eintritt zu der pittoresken Pracht der Kuppel zu bekommen. Seine Anhänger machen ihn den Weg frei. Er beobachtet, wie das Gas austritt und stößt ein Kichern aus. Es klingt, als würde ein Getriebe über Schotter reiben. Glaubt ihr, ihr hättet diesen Leuten ihre Prüfung verwehrt? Ihr hättet sie euch selbst verwehrt? Nein, ihr werdet sie bekommen. Und nachdem ich euch vernichtet habe, werden sie bekommen, was ihnen gebührt. Kates Griff um ihr Gewehr wird fester, der Hextech-Kristall in der Kammer pulsiert mit rosafarbenem Licht. Sie schaut über ihre Schulter zu den Piltoveranern hinter sich. Verschwindet jetzt, nehmt die Brücke zur Promenade. Wir kümmern uns hier rum. Energie tänzelt über meine Handschuhe, als ich sie zusammenschlage. Seht, ruft Urgot aus und schaut zu mir. Welch kostbare Waffen! Deine Meister verleihen dir Stärke, aber hinter dieser starken Fassade bist du gebrochen. Schwach! Ich brauche sie nicht, um stark zu sein. Ich lache bitter und kurz und auch nicht, um dich zu zermalmen, aber mit ihnen macht es einfach mehr Spaß. Ich habe dich mit dem Mädchen gesehen. Urgot nickt langsam. Du hängst an zwei Welten, Kind aus Sohn. Eines Tages wirst du dich entscheiden müssen. Ich habe dein Gerede satt. Meine Wut geht schließlich mit mir durch. Ich habe es satt, irgendetwas anderes zu tun, als dich für deine Taten zu Tode zu prügeln. Ich weiß nicht, ob der Kampf Sekunden oder Stunden dauert. Ich erinnere mich nur noch an einzelne Bruchteile. Verformtes Metall, Brustkörbe, in die ich meine Fingerknöchel grabe, Donner aus dem Kanonenarm von Urgot, heftige Explosionen, das Geräusch von Blut, wie es kocht. Kate und ich erledigen einen von Urgots Anhängern nach dem anderen, bis nur noch er vor uns steht. Ein metallenes Monster aus Feuer und geschossen und schneidenden Ketten. Es ist vollkommen ungewiss, wer die zerstörte Kuppel lebendig verlassen wird, bis Kate eine Lücke in Urgots Deckung sieht und ihr Bola-Netz abfeuert. Urgot brüllt auf, als das Netz ihn erwischt und seine Arme zur Seite und stürme vor. Ich lege meine ganze Kraft in den Hieb und stoße ihn vom Rand der Kuppel. Aber ich lasse ihn nicht fallen. Noch nicht. Ich schnappe mir das Ende des Netzes und stemme mich gegen seine entsetzliche Masse. Meine Stiefel rutschen und schlittern in Richtung Abgrund. Ich will ihm noch einmal in die Augen sehen, bevor ich ihn fallen lasse. Dann wollen höre ich Kate hinter mir schreien. Das endet hier und jetzt Kate, zische ich. Kate kommt neben mir zum Stehen und hält eine Metallstange in den Händen. Wahre Stärke bedeutet bewusst zu entscheiden, ob man sie einsetzt oder nicht. Wenn du ihn jetzt sterben lässt, bist du nicht anders als er. Sie führt die Stange durch das Netz, um Urgot am Turm zu befestigen. Ich will nicht auf sie hören. Ich will Gerechtigkeit. Aber ich weiß, dass ich nie zurückbekomme, was er mir genommen hat. Ich spucke aus und hämmere die Stange in den Boden. Man musste schon sehr viel guten Willen haben, um den Haufen von wind zerklüfteten Felsen vor der Landenge als Inseln zu bezeichnen. Karg und salzig wie sie sind, sind sie wohl einer der letzten Orte, die jemand gern zu seinem Zuhause machen würde. Einige Generationen vor unserer Zeit hatte irgendein hohes Tier aus Piltover wohl denselben Gedanken und erbaute dort ein Gefängnis. Nach meiner Wiedereinsetzung als Wächterin habe ich Kate gesagt, dass ich ihr den Transport und die sorgfältige Internierung von Ergot überlasse. Ich war auf dem Weg in die Grube, um das Haus der Hoffnung zu besuchen und mit meinen schweren Handschuhen ausnahmsweise etwas zu erbauen statt zu zerstören, aber ich denke, sie hat gesehen, wie wichtig mir das hier ist. Sie wollte, dass ich hier bin und mit eigenen Augen sehe, dass er seine gerechte Strafe bekommt. Ich weiß, dass das schwer für dich war, sagt Kate, aber ich wollte, dass du siehst, was du mit deinen Taten erreicht fallen durch meinen Kopf und ich sehe vor meinem geistigen Auge all die Leute, die im Zuge des Fortschritts am Gift erstickt sind. Mit seiner Festnahme haben wir sowohl Piltover als auch Zorn eine Menge Chaos erspart. Denkst du manchmal, dass solchem Chaos nicht vielleicht auch etwas Besseres entspringen könnte? Sie sieht mich an und seufzt leise. Vielleicht, vielleicht aber auch etwas noch Schlimmeres. Um das herauszufinden, müssten viele Leute sterben. Und das werde ich nicht zulassen. Deshalb kämpfen wir und tun, was wir tun müssen, damit nicht alles in sich zusammenfällt. Dafür sind Gesetze da. Dafür sind wir da. Wir bewahren die Ordnung. Gesetze, Ordnung, kann das eine ohne das andere existieren? Und was haben beide mit Gerechtigkeit zu tun? Wenn man mein jüngeres ich gefragt hätte, hätte man vielleicht eine klare Antwort bekommen. Aber wenn man mich jetzt fragt, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ergotts Anhängerschaft wird verkümmern, sagt Kate. Sie wird sich spalten, weil ehrgeizige Leute versuchen werden, Macht zu gewinnen. Sie werden zu sehr damit beschäftigt sein, einander zu bekämpfen, um uns noch ärger zu machen. Du warst nicht dort, Kate. Ich sie waren. Das ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Wir stehen auf einem Gerüst mit Ausblick auf den Zellen Block. Links und rechts von uns sind nichts als Zellen, die von den Wärtern und Gefängniswachen leergeräumt wurden, damit Ergot in ihrer Mitte zu seinem neuen Zuhause geführt werden kann. Einem gewaltigen Rohr aus verstärktem Eisen, das wie ein gigantischer Kolben vom Veranstalten sich zu widersetzen. Schließlich erreicht er seine Zelle. Wie viel von ihm können wir abtrennen, bevor er stirbt? fragt Kate gerade so laut, dass der Chemtech Terror sie hören kann. Den Großteil schätze ich. Dann kommt und stellt eure Theorie auf die Probe. Irgots Augen glimmen. Es sei denn, ihr habt nichts als Du bist nur hier, weil wir entschieden haben, dich am Leben zu lassen. Du wirst essen, wenn wir dich dazu auffordern, schlafen, wenn wir es dir befehlen und atmen, wenn du dazu angewiesen wirst. Nicht mehr und nicht weniger. Solltest du dich diesen Vorgaben irgendwie widersetzen, werde ich dich vernichten. Ist das klar? Irgott lacht. Du glaubst, konntest mich vernichten? Diese Tür wird dir niemals offen stehen. Hm, dann muss ich mich wohl damit zufrieden geben, diese hier zu schließen. Kate nickt einem Techniker zu. Er legt einen Hebel um und das Rohr senkt sich über Irgott herab. Es kracht auf den Boden und verschließt sich. Ich höre ihn noch durch das Eisen lachen, als wir ihm den Rücken zukehren und gehen. Ich halte mich überkommt eine Furcht, die ich nicht abschütteln kann. Für mich sah Irgott nicht wie ein Gefangener aus. Er sah aus wie eine Spinne, die geduldig in ihrem Netz wartet. wenig Material was ich da einspreche. Von daher ich hoffe ihr wisst es zu schätzen. Es ist nämlich da doch einiges an Arbeit was da drin steckt. Aber es macht mir natürlich auch Spaß und darum mache ich den Kram ja auch. Ich mache das nicht nur für die Wertschätzung, aber es ist trotzdem schön. Und ja, wir haben eine interessante Situation und erst mal eine Sache sollte ich vielleicht nochmal kurz klarstellen. Das haben vielleicht auch einige gemerkt. Die Lore aus diesen Storys ist nicht gleich der Lore von Arkane. Ganz und gar nicht. Hier ist Vi in einem Waisenhaus aufgewachsen und eben nicht in mehr oder weniger einer Art Taverne. Und ja, es ist trotzdem so, dass sie von der Persönlichkeit sehr ähnlich ist. Allerdings spielt das zu einer Zeit, wo sie schon eine ganze Weile mit der Polizei von Piltover arbeitet und ja, prinzipiell finde ich, ist das ganz gut umgesetzt. Und ja, in gewisser Weise schließt auch ein gewisser Kurzfilm daran an, dass sagen wir mal Urgot hier eingesperrt wird, denn da versuchen Leute Urgot zu befreien. Gut, das war dann nicht nur diese Szene, sondern da ist auch noch ein bisschen mehr passiert. Ich glaube, da hat auch Silas eine Nordgrenze von Demacia angegriffen. Ich bin ich meine, das war im selben Kurzfilm oder Musikvideo besser gesagt. Aber es ist auch gar nicht mal so wichtig, weil diese Sachen, die da passieren, sind nicht unbedingt sagen wir kanonisch, aber hier sehen wir halt Vi einfach mal in einer kleinen Solo Mission und das finde ich ist dann auch mal ganz interessant, vor allem weil wir da durchaus eine gute Charakterisierung von Vi auch erleben. Es ist natürlich wieder so diese Situation bei der ich mir denke okay gerade das am Ende ja vielleicht könnte aus einem Chaos auch was besseres entstehen oder was schlimmeres und es würde vielen Leuten schaden wenn überhaupt eine Veränderung passiert wo ich mir denke ja genau man will vielleicht auch in dem Franchise einfach den Status Quo nicht verändern aber ich würde mir wünschen dass es einen Konflikt gäbe und ich mag jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingen aber würden heutzutage Leute sagen dass die französische Revolution eine schlechte Idee war und dass die Leute es auf eine andere Art hätten versuchen sollen nee oder nicht wirklich und wir haben hier genau so eine Situation wir haben Unterdrücker und Unterdrückte und dass die Unterdrückten sich auflehnen und dann hinter einen gewaltbereiten im Grunde Warlord scharen ist sehr verständlich ich denke auch dass das nicht die beste Idee ist aber Zorn hat keine Stimme die von Piltover gehört wird und das ist schwierig und ich bin jetzt nicht so unbedingt jemand der diesen Leuten dann sagt hey ihr macht das alles ganz falsch und das ist absolut nichts was ihr tun solltet weil das Problem ist dass gerade im politischen es immer so gemacht werden muss dass die die den Status Quo erhalten wollen einem entgegenkommen müssen das ist genauso diese Sache dass manche Leute meinen ja wem haben wir denn zum Beispiel unser Sozialsystem mehr oder minder zu verdanken so die Sozialversicherung das war doch Bismarck ja aber nur weil er keine andere Möglichkeit gesehen hat den Sozialisten den Wind aus den Segeln zu nehmen streng genommen verdanken wir also diese Sachen nicht Otto von Bismarck sondern der sozialistischen Bewegung die es zu der Zeit gab und ja das ist eine schwierige Sache Politik ist auch ein langweiliges Thema für viele aber ich finde gerade bei Piltover und Zorn kann man halt mal wirklich über solche Themen nachdenken gerade so Sachen wie Ausbeutung eventuell auch Kolonialismus eventuell kann man es nämlich auch so betrachten solche Dinge und wie das einerseits aktiv zur jeweiligen Zeit aussieht und selbst wenn das jetzt offiziell getrennt ist und beide Seiten da eigentlich gar nicht mehr so direkt miteinander verbandelt sind sieht man trotzdem noch die Nachwirkungen davon und die Schäden und da finde ich ist das eine sehr interessante Metapher dass die Geschichte aber endet mit ja wir müssen die momentane Ordnung erhalten das ist unser Job und das ist auch das richtige naja Kate ist halt Cop durch und durch da passt das das weiter ein bisschen anders ist finde ich gar nicht mal so übel aber ansonsten gibt es eine Sache die ich erwartet aber gut freuen wir uns einfach auf die zweite Staffel Arcane und schauen mal wie es da dann weiter geht da hoffe ich nämlich dass Riot das Ganze ein bisschen eindeutiger macht und nicht wieder irgendein Kram abzieht wo man sagen kann hey komm hier in der Synchro ein paar Worte austauschen und bloß keine Szenen die man rausschneiden müsste für den chinesischen Markt sowas finde ich mich mal feige aber gut damit soll es auch für heute reichen wir sehen uns dann beim nächsten Mal da gibt es dann wieder einen Champion höchstwahrscheinlich Nila und ansonsten schaut gerne mal in die sonstigen Projekte rein das heißt es gibt immer wieder mal einmal pro Woche wenn alles gut läuft Dungeons & Dragons bald läuft vermutlich dann auch noch ein neues Projekt da an das dann an Wochenenden kommen wird zu einem Samstag oder Sonntag jeweils wo wir dann ein bisschen sagen wir mal mit Gästen streamen werden und da freue ich mich sehr drauf da machen wir nämlich die Heistabenteuer von Golden Vault also Keys from the Golden Vault ist ein neues D&D Buch ja eine Abenteuersammlung wenn man es genau nimmt und das leite ich dann als One Shots und da freue ich mich richtig drauf vor allem weil schon einige Leute zugesagt haben bei denen ich sehr gespannt darauf bin und ja mal gucken wir werden vermutlich im April anfangen und dann wird das so im Monatsrhythmus höchstwahrscheinlich kommen aber gut wir sehen uns dann wie gesagt beim nächsten Mal lasst gerne Däumchen da und so weiter habe ich ja schon am Anfang erwähnt YouTube Kladderadatsch Links in der Videobeschreibung wenn man mich direkter unterstützen will und sofort ihr wisst wie es weitergeht von daher genug gelabert die Folge geht schon lang genug bis zum nächsten Mal Cheerio mit der Videobeschreibung in der Videobeschreibung gest LEDs Vielen Dank.